Was willst du genetischer Abfall? Was willst du genetischer Abfall? Ja, und ich habe dir gestern gesagt, ich will dich in meinen Hangouts nicht mehr haben. In meinen Hangouts, Mehrzahl, Plural, die kannst du auch live da im Live-Chat schreiben, da. Eben über Facebook oder per Skype gibt es auch noch eine Möglichkeit. Weil ich es nicht will, weil ich dich nicht mehr mag. Ja, ein richtiger Jude, der holt dich lieber Satan und der will mit mir nichts zu tun haben, weil er ein Faschist ist. Was willst du nun von mir? Ja, du benimmst dich ja wie ein Jude. Nein, weil ich sage, ich will nicht mehr von dir angerufen werden. Ich bin aber nicht dein Volksgenosse oder du bist nicht meiner. Ist mir doch kacke egal. Ich denke nicht in Nationen, ich denke in Rassen, du Vollidiot. Kannst mal sehen, wie du mir zuhörst. Zweifle ich aber. Ich will auf jeden Fall von dir nicht mehr belästigt werden. Ist das angekommen? Ich will von dir nicht mehr belästigt werden. Ein psychopathisches Stück Scheiße. Ist doch kacke egal, ich will dich nicht mehr hören, weil deine Stimme mich ankotzt. Ist doch fick egal, ich will dich nicht mehr hören, du degenerierter Mongo. Du degenerierter Stück Scheiße, ich will dich nicht mehr hören. Du kotzt mich an und du wirst mich nicht mehr anrufen. Gut, dann bin ich ein Volksgeräter, du Kinder ficken das Stück Scheiße. Lass mich in Frieden. Fick deine Mama, fick dich selbst, spring von der Klippe. Lass mich in Frieden. Du rufst doch schon wieder an, du blöd Arsch. Halt dein fucking Maul, lass mich in Frieden. Du sollst mich in Frieden lassen. Nein, interessiert mich nicht. Geh Knacki auf den Sack. Halt's Maul, fick dich, verpiss dich. Ruf mich nicht an, interessiert mich nicht. Du interessierst mich nicht. Du interessierst mich nicht. Du interessierst mich nicht. Du interessierst mich nicht. Ich will dich nicht mehr kennenlernen. Piss dich. Verbrenn dich. Spring von der Klippe. Fick dich. Halt's Maul. Was für ein soziomatisches Stück Scheiße, ey. Das war doch der von gestern, so wie ich das verstanden habe. Erdwillig. Jetzt schreiben hier schon wieder einige so... Hätte ich den schon längst sowas von die Fresse poliert und ihm die Augen ausgestochen, dann kann er mich gar nicht mehr anrufen. Ich habe mich nicht mehr anrufen. Ich habe mich nicht mehr anrufen. Ich habe mich nicht mehr anrufen.